Ja Leute, ich begrüße euch seit langer, langer, langer Zeit mal wieder zu einem Let's Introduce und heute ist Ladies Day. Ich werde euch zwei Let's Playerinnen vorstellen. Die eine ist mir von euch vorgeschlagen worden, da habt ihr gesagt, Mensch guck doch mal rein, die ist gut, vielleicht gefällt es dir ja, vielleicht kannst du mit reinnehmen. Das habe ich getan. Und auf die zweite Let's Playerin bin ich mehr oder weniger zufällig gestoßen, ist auch noch gar nicht so lange her. Und zwar bin ich da über den Kanal der guten Trash Tasmani drauf gestoßen. Das soll es an einführenden Worten gewesen sein und wir verkrümeln uns gleich mal auf den ersten Kanal. Schwuppdiwupp. Das ist der Kanal von der guten Avalenya. Erstmal kurz was zum Hintergrund. Finde ich gut. Ganz besonders witzig und drollig finde ich diesen kleinen Meat Boy hier oben in der Hand, der natürlich was mit den Let's Plays von der guten Avalenya zu tun hat. Wir sehen, genau hier, Let's Play Super Meat Boy. Aber fangen wir erstmal an. Aktuell beendet, frisch, gar nicht so lange her. Castlevania Lords of Shadow. Dann gucken wir uns erstmal die weiteren beendeten Projekte an. Da hätten wir einmal Let's Play Final Fantasy XIII, Final Fantasy 3DS, Time Hollow und Together Magica und Let's Play Barbie und die zwölf tanzenden Prinzessinnen. Das werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen, wenn ich denn irgendwann mal Zeit finde. Ich habe ja so wenig Zeit. Dann haben wir drei Let's Plays, die offen sind. Das wäre einmal Watchmen, also offen, noch nie abgeschlossen. Let's Play Watchmen, Final Fantasy Tactics A2 und Super Meat Boy. Ich habe mich da natürlich schlau gemacht bei der lieben Avalenya und sie hat mir gesagt, ich darf euch an dieser Stelle gerne mitteilen, dass diese drei Let's Plays in absehbarer Zeit beendet werden. Also da werden in nächster Zeit Videos folgen. Dann hat sie ein paar kleinere Weihnachts- und Advents-Specials gemacht, auch wenn Weihnachten jetzt schon vorbei ist. Und wer möchte, darf natürlich auch da noch reingucken, ist ja ganz klar. Rechts in der Leiste ein paar kleinere Infos. Hier hat sie kurz aufgeschrieben, mit welchen Programmen sie aufnimmt, falls sich da jemand für interessiert. Das haben ja mittlerweile die meisten Let's Player auf ihren Kanälen, weil da immer viele Fragen kommen. Mit was nimmst du auf, mit was renderst du und bla 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 bla. Deswegen haben das die meisten eigentlich schon irgendwo in ihren Kanalboxen geistern da Informationen rum. In der Regel in Form von FAQs oder bei vielen. Dann darf ich euch noch Projekte ankündigen, beziehungsweise Projekte mitteilen, die geplant sind bei der guten Avalenya. Da hätten wir zum einen Final Fantasy XIII 2, was 2012 auf jeden Fall rauskommt. Wenn mich nicht alles täuscht, auch noch im ersten Quartal. Straft mich Lügen, wenn ich da falsch liege. Dann hat sie Lost Odyssey geplant, was ein reines Xbox-Spiel ist. Final Fantasy XIII 2 natürlich für Xbox und PS3. Und Nier ist geplant, ebenfalls ein Spiel für die Box und für die PS3. Dann zum Kommentarstil. Da kann man, also ich persönlich kann da immer oder urteile da immer relativ ungern drüber. Ich würde euch die Let's Playerinnen, die Kanäle natürlich nicht vorstellen, wenn mir der Kommentarstil völlig missfallen würde. Ist ja ganz klar. Aber da hat jeder seinen eigenen Stil. Da sollte jeder aus seinem eigenen Stil finden und sich keinesfalls verstellen. Deswegen bin ich mit Kritik an Kommentarstilen immer ein bisschen vorsichtig. Hier bei Avalenya habe ich keinerlei Kritik zu äußern, was den Kommentarstil angeht. Egal wie vorsichtig oder unvorsichtig ich mit Kritik umgehe. Denn das ist alles top. Das gefällt mir und ich bin mir sicher, das wird euch auch gefallen. Deswegen schaut mal in ein paar Videos rein. Bildet euch eure Meinung. Lasst ein paar nette Kommentare da. Da freut sich jeder Let's Player drüber. Und wenn ihr sagt, da will ich mehr von, da will ich regelmäßig was von, da will ich dranbleiben. Dann ist natürlich auch der Abo-Button immer gerne gesehen. Ihr könnt dafür sorgen, dass aus den aktuell 797 Abos ein paar mehr werden. Und dann schwenken wir jetzt direkt über zur zweiten Let's Playerin, die ich euch vorstelle. Die Lumarion, kurz auch Luma. Auf die bin ich gestoßen über den Kanal der guten Chester's Money. Und das hat mir von Anfang an gut gefallen. Hier läuft, wie ihr seht, aktuell Divinity 2 Ego Draconis. Tolles Spiel. Habe ich bis jetzt auch nur geschafft anzuzocken und noch nicht fertig gezockt. Ich habe so viele Spiele angezockt und noch nicht fertig. Da bin ich noch weit nach meinem Tod mit beschäftigt. Da zocke ich im Himmel noch. Da bin ich mir sicher. Natürlich komme ich in den Himmel, ist doch völlig klar. Aber mal Spaß beiseite. Was läuft neben Ego Draconis noch? Es läuft noch Venetica. Es läuft Baphomets Fluch 2, der Spiegel der Finsternis. Und es läuft der alte GBA-Klassiker Golden Sun. Großartige Spiel. Großartige Spielereihe. Da habe ich es tatsächlich geschafft, schon alle drei Spiele zu spielen. Und war von allen drei Spielen begeistert. Abgeschlossene Projekte haben wir Trine und Baphomets Fluch 4. Geplant ist Trine 2, was auch 2012 rauskommt. Rauskommt, wenn mich nie alles täuscht. Wann, weiß ich nicht. Dann auch hier ein Magica Together geplant, was wir ja eben bei Avalenia schon abgeschlossen gesehen haben. Außerdem Assassin's Creed 2 und Brotherhood und Revelations ist in Planung. Ein Portal 2, Together ist in Planung. Und eine Mammutplanung, Elder Scrolls 3 bis 5. Elder Scrolls 5 kann dauern. Da kann ich ein Lied von singen. Aber es ist großartig. Also es ist es auf jeden Fall wert zu Let's Playen. Mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen. Es ist einfach monumental, pompös. Denkt euch noch mehr Superlative aus. Ich denke, sie treffen alle zu. Auch hier kleine Info aufgenommen wird mit Fraps. Geschnitten und gerendert mit Vegas Movie Studio. Und die Dateigröße wird verringert mit Handbrake. Die hat sie ja bestimmt aus ihrem Auto ausgebaut. Gut. Ich sollte meine schlechten Witze mir echt verkneifen. Dann auch hier natürlich ist jeder Let's Player offen für Projektvorschläge. Auch wenn viele davon wahrscheinlich niemals in die Tat umgesetzt werden können, weil man sonst irgendwann 25 Projekte an der Backe hat und überhaupt gar nicht mehr klarkommt. Auch hier Hintergrund ist, anders als bei Avalenia, eher schlicht gehalten. Aber gefällt mir auch gut. Also ist eine ziemlich coole Sache mit diesen, ich nenne es mal Lichtstreifen. Sieht auf jeden Fall auch sehr gut aus. Gefällt mir auch gut. Zum Kommentarstil habe ich vor ein paar Minuten schon Worte verloren. Wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich es euch nicht vorstellen. Und auch hier habe ich keinerlei Kritik zu äußern. Dann letzte Aktivität. Die gute Luma hat jetzt auch einen Account beim alten Jesichtsbuch. Ja, könnt ihr reinklicken. Lasst auch da ein paar nette Kommentare da. Und schaut euch natürlich auch hier ein paar Videos an. Bildet euch eure Meinung. Und auch hier nette Kommentare sind bei jedem Let's Player gerne gesehen unter den Videos. Und wenn es euch gefällt, wenn ihr auch hier sagt, jawohl, da will ich mehr von, da will ich regelmäßig was von, dann sorgt auch hier dafür, dass aus diesen 257 Abos mehr werden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und hoffe, ihr habt mit den beiden Kanälen Spaß, ihr habt mit den Videos der beiden Let's Playerinnen Spaß. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Let's Introduce, beim nächsten Let's Play, wo auch immer ihr das nächste Mal einschaltet. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.